Wir feiern den Geburtstag unseres geliebten Führers, des siegreichsten, genialsten Feldherrn, des größten Menschen aller Zeiten. Wenn je ein Leben für seine Mitmenschen gelebt wurde, wenn sich je ein Mensch für sein Volk opferte, dann gilt dies für das Streben unseres Führers. Mein lieber Führer, ich bin nun knapp ein Jahr verheiratet und sollte es zu einem Krieg kommen, dann werde ich nicht verzagen und sogar stolz darauf sein, dass mein Mann unter einem solch herrlichen Führer und Feldherrn kämpfen darf. Man kann wahrhaft stolz sein, in dieser Zeit zu leben. Wir kennen nur ein Glauben, eine Hoffnung, eine Liebe. Das Dritte Reich, das nationalsozialistische Großdeutschland unter dir. Adolf Hitler Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020